Schnell! Ey, der war schon voll weit drinnen, ja? Ja! Ja! Ja, mach ein Tor! Digga, mich leckt das so weg, ne? Holy Shit! Ach, so hoch. Ja, nochmal. Du musst dir Zeit lassen hierfür, ja? Oh mein Gott! Ja, einfach erst mal dieses Geräusche einfügen, dieses Mi Mi Mi. Hä? Okay, Digga! Auf meinem Bildschirm fährt er, der ist komplett an mir dran vorbei. Nein! Aber jetzt der Flick! Ja! Neu Sekundentor! Dritter Versuch! Oh, Slick! Oh, Slick andersrum, Digga! Ja! Das ist so ein Bastard, Mann! Nein, nur in der Booster! Hä? Hä? Was ist das für ein Touch? Ja, ich hab den Boost bekommen. Digga, ich hör, ich fahr durch den Boost, ich höre wie ich da durchfahre... Und ich krieg einfach keinen Boost! Was ist das für ein Scheiß? Oh! Ich hab ohlig gemacht! WTF? Aufschritte! Hä? Ich wurde gekickt, Digga! Von mir bist du nur drinnen! Deine Verbindung zum Spiel wurde unterbrochen! 20 Minuten! Ja! Für was, Digga? Ich wurde einfach rausgeschmissen, Mann! Es ist immer richtig schlimm, wenn viele Leute hier im Netz rumhängen, allgemein in meiner Stadt. Dann schmiert das ganze Netz einfach ab. Einfach so! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Es ist nie im Leben, dass ich das geschafft hab! Ah ja, also lieven kann ich nicht nur, sonst krieg ich wieder eine Strafe. Ja ja, alles gut, ich muss hier noch Ding ins... Ding ins... Oh mein Gott, Digga! Was, warum mach ich denn jetzt einen Double-Tip? Hä? Der war sogar actually gar nicht so kacke, Mann! Nein!